DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Befristet Le séjour a durée limitée Befristeter Aufenthalt A durée illimitée Unbefristet L'autorisation provisoire de séjour Die Duldung Le titre de séjour Die Aufenthaltserlaubnis J'ai un titre de séjour Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis. Mon titre de séjour n'est plus valide. Meine Aufenthaltserlaubnis ist abgelaufen. J'aimerais le prolonger. Ich möchte sie verlängern. Le permis de travail Die Arbeitserlaubnis La signature Die Unterschrift Le formulaire Das Formular Le document Die Dokumente Le passeport Der Pass Le visa Das Visum La nationalité Die Staatsbürgerschaft Die 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 .com slash deutschtrainer